So den Dialog. Oh scheiße, von da sogar. Okay, was macht dieses Silberschwert? So, das kennen wir alles schon, können wir skippen. Ich will das nicht sehen an der Seite. Mir ist ja schön und gut, dass ich mir das zeigen wollte, aber... ...alles nehmen. Und Jump. So, und den zweiten probiere ich jetzt mal mit dem Silberschwert aus. Irgendwie gehen die nicht so einfach. Auch wenn... ...kommt mir das echt nur so vor, oder sind die wirklich einfacher zu töten? Woa. Woa. Nieder mit der Tyranie Eigentlich Tyrannei Und zack Den nächsten Bäm Mal schauen, was hier so alles rumliegt So, jetzt muss ich schnell klicken, wie noch was Müssen wir den Ballisten spannen So schnell kann der nicht mal hinterher mit der Animation So, jetzt müssen wir den Ballisten Zack und zack und zack und So, jetzt schnell ausrichten Komm, richte das Ding aus Oh nein Hilfe Hilfe Ausgewichen, bitch Nein Scheiße, der haut einfach so dickst rein mit seinem Schwert Bitte nicht von ganz weit hinten anfangen wieder Bitte nicht, bitte nicht Kein Bock Nein Nein Du willst mich doch echt verarschen spiel Umscheln Org Nein Ja 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 Jetzt komm schon. So, dann. So, zuerst den Damage Typen ausschalten. Dann den Kleinen. Dann den Tank. So, hat doch diesmal ein wenig besser geklappt. Ich finde Witcher 2 auch ein sehr gutes Spiel von dem was ich bis jetzt gesehen habe. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Ja, okay, hilft mir nicht wirklich viel, wenn ich schneller bin, weil... Ja, wird so oder so nicht schneller mit der Animation fertig. Okay. Was wähle ich aus? Und Igni. So, und jetzt einfach Seite wechseln und jetzt... Dann ausrichten. So, und jetzt kommen die Hammer Typen wieder. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Oh, oh, oh. Okay. Er wollte gerade schon wieder zum Schlag ansetzen. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Los, die lilies! Bam, und weg den Typen. Bin ich irgendwie grad in der Dauerschleife? Ja. Weil ich in ner Endlosschleife gehangen bin. Irgendwie hab ich in letzter Zeit echt Pech mit den Spielen. Dass irgendwie bei mir immer Bugs auftreten, wenn ich Let's playe. Weil ich hab das Spiel bis hier hin und schon ein bisschen weiter noch gespielt. Und man spielt das einmal, man macht das nicht zehnmal. Mir ist auch schon aufgefallen, irgendwie so vorher so, hm. Ja, irgendwie... Da stimmt doch irgendwas nicht ganz. Ja. 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 Genau. Da. Ja. 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 So, dann. So, dann.